willkommen liebe clasher beim clan blutspur ihr habt das gestern abend im stream vielleicht mitbekommen ich bin mit dem avatar im deutschen clan blutspur der clan blutspur sicherlich sagt dem einen oder anderen weil dieser name noch etwas war glaube ich der erste clan in deutschland die clan level 10 11 12 13 14 15 war und es geht hier rasant auf ihr seht das nur noch ein paar punkte auf dem clan level 16 zu aktuell spielt blutspur auch in der gml mit und ich glaube am 18 sind die nächsten spiele dann sind schon die playoffs und ich hole aber einfach mal weit aus was eigentlich gestern passiert ist gestern abend ist mir ein kleines dilemma passiert und zwar ich lasse einfach mal so den einen oder anderen kampf hier laufen wir sehen hier forza auf die nummer 18 auf den love to five heißt es glaube ich und ja eigentlich teste ich immer bevor ich anfange zu streamen ob ton passt bild passt aufnahmegerät passt ich alle meine tablets haben dabei habe und um auch ich wechsle ja mal ganz gerne aufs tablet gerade vor allem wenn ich live angreife und das habe ich eigentlich vorher wie wie vor jedem stream gemacht und checke da noch mal wenn der stream anfängt zu laufen ob das ganze auch auf mobilgeräten ganz gut rüber kommt das heißt also gerade auf handys ist das dann ja ein bisschen kleiner ein bisschen leiser je nachdem und dann regel ich das noch mal ein bisschen nach und wie viel eigentlich zu anfang gar nichts auf ist stream ganz normal an ich habe ganz mal angefangen dann meine sachen zu zeigen wir haben ein bisschen wir haben ja klar krieg gesehen aus tv2 ganz hart und aber der ein oder andere hatte dann schon ab und zu mal gesagt hat oder hakt es ein bisschen im sound und auch eben in einer sprache und so ich konnte aber eigentlich nicht glauben habe das dann auch ich habe es einmal gecheckt am notebook hört es hörte sich eigentlich ganz normal an aber zum so offen so auf mitte fiel mir das dann auch auf den gerade ist irgendwas ist dein magen habe dann immer mal wieder die musik neu gestartet und habe an meinem spiel vor allen dingen den ein oder anderen regler gedreht denn ich habe am tage hier ganz hart aufgeräumt und wusste dass ich dort den ein oder anderen dreht noch erwischt habe mit meinen lappen und wusste aber jetzt nicht mehr genau wie und wo er stand ich hatte mir mal von meiner fertigen konfiguration also von der hardware wirklich ein foto gemacht um zu sehen wo haben die wo war die regler eigentlich und habe mir das dabei geschrieben auf welchen pegel direkt alle waren und er hat dann da erst mal vermutet dass irgendetwas dort krumm war und war es dann aber auch nicht und irgendwann war ich so entnervt ich habe dann ja auch noch scheiße angegriffen im ck bei den two warriors 2 also auch so wie ich es mir eigentlich gar nicht vorgestellt habe es ist nur ein stern geworden die taktik war eigentlich gut und aber die gegnerischen helden wollten überhaupt nicht wie ich das wollte und deswegen ist mir der in den dutten gegangen habe dann noch ein bisschen hin und her probiert aber irgendwo habe ich dann gesehen leute das wird nichts mehr und habe dann entnervt irgendwann so kurz vor elf den stream dann dicht gemacht und habe gesagt ich würde das vielleicht heute nach oder morgen oder irgendwann die stunde oder die zwei die war dann eigentlich noch hätten gemacht und bin dann aber noch mitten in der nacht daran gegangen weil gewiss selber solche probleme die nerven mich dann extrem ab und da ich ja selber so ein bisschen techniker bin habe ich gedacht was hast du in dieser woche anders gemacht was ist anders gelaufen als dass das plötzlich mit dem sound nicht mehr funktionieren kann und ich bin dann ganz ganz schnell drauf gekommen was ich eigentlich anders gemacht habe ihr könnt euch sicherlich an die folge erinnern die ich diese woche komplett live gemacht habe als ich die beiden eracht angriffe live gemacht habe und den er neuen angriff in clan 2 2 dort habe ich auch über die elgato aufgenommen und habe ja mal den in games aufgenommen das mache ich ja eigentlich nie denn meistens hinterlege ich das ganze ja mit sprache und musik und da wollte ich aber mal in games und haben weil ist ja auch mal nicht schlecht das ganze dann nebenher an der stelle mal so zu hören und ich bin dann drauf gekommen dass der gerätetreiber also der elgato sound capture treiber in meinen aufnahme und wieder und oder in meinen wiedergabegeräten an erster stelle stand das heißt er war standard wiedergabegerät und das ist ja eigentlich nie das ist eigentlich immer natürlich irgendwo meine soundblaster und mein usb mikro und also es ist kein usb mikro aber die das mischpult geht per usb an den pc und wird dort dann als mikrofon erkannt und so gab es da wahrscheinlich irgendwo treiber probleme oder was auch immer der hat dann immer mal wieder über das device ausgegeben und über das device und das waren eigentlich dann die hakeligkeiten die drin waren ich habe dann nachts noch einen privaten stream einfach laufen lassen das ganze wirklich zu checken also um wirklich zu sagen das war's und hab dann noch mal ungefähr eine gute stunde aufgenommen mit aufnahme aber das ganze dann für euch nicht sichtbar ich habe das auch wieder gelöscht also sound und mucke sind wieder in ordnung bei mir ich kann wieder streamen und schnell gefunden den fehler aber trotzdem ihr kennt das sicherlich selber wenn du etwas hattest wo du dir nicht erklären kannst warum du es plötzlich hast weil es das system hat sich ja nicht verändert mein rechner ist ja der gleiche geblieben und ganz abgesehen davon dass ich ja nur am am mischpult vielleicht den ein oder anderen regler verstellt habe konnte jetzt nichts anderes großartig sein denn software mäßig ist bei mir nichts rauf gekommen treiber mäßig auch nicht und deswegen war konnte das irgendwo nur irgendwas sein was sich in den sound einstellungen widerspiegelt und ja so war es letztendlich also fehler relativ schnell gefunden ich habe das dann auch später getippelt und den haben wir schon im stream glaube ich gesehen den smog und trotzdem haben wir ihn natürlich schön ck zu spielen beziehungsweise spielen ihn schön ck und ich habe noch nicht angegriffen bin jetzt aber angewiesen gleich ja nicht ich will nicht sagen nicht zu locken sondern ich mache gleich sicherlich basis die ich normal nicht machen würde aber ich versuche dort einen stern zu holen und inspizieren wir mal so die ecken einer base und gucke mal was so in der klanbootronik drin los ist und dann schauen wir mal wie das hier eigentlich weiter geht ja man hat mich gestern schon gefragt vielleicht ziemlich hier am 18 denn dann sind die playoffs hier in der gml und das weiß ich aber noch gar nicht ob man das an der stelle so machen darf oder ob das explizit anderen rechten vorenthalten ist aber letztendlich ist es ja ein freundschaftskampf und der auch in einer begrenzten zeit stattfindet das heißt dort sieht man in jedem fall dann natürlich klang kriegsangriffe und mal sehen ob das so ist ich werde hier auf jeden fall bleiben denn der arbeiter wird erstmal kein ck mitspielen ich mache mein king auf level 27 der soll ja auch irgendwann fertig werden um damit der kinder nicht der kinder mit der arbeiter auch mal auf rathaus 10 geht torsten geht ja jetzt irgendwann auf rathaus 11 das sind noch so 45 tage oder 48 glaube ich und dann soll auch der avatar auf 10 gehen und vor allen dingen der barfuß geht dann auf 9 ja also der barfuß geht auf 9 und so dass wir nach wie vor so ein bisschen so in allen rathausstufen sondern sondern account habe also vor allen dingen achter geht mir natürlich schrecklich schrecklich ab den hätte ich gerne wieder und arbeite ich aber darauf hin dass wir wieder achter account habe um schöne ck ist mit einem r8 zu machen vielleicht sogar mit einem rh7 muss mal gucken wie ich das hinbekomme also ich habe den ein oder anderen account ja noch im petto und ja kenne ich alle aber ich habe ihn kennengelernt den mike mike ist hier ganz böse habe ich in den letzten ck schon gesehen und hat das dann auch getippelt also der greift hier oben in diesem bereich hier zwei auf vier richtig krass an kann man nicht anders sagen und ich versuche mal mit dem bild so ein bisschen mit zu gehen hier wir sind hier bei einem bowler hexen angriff also ohne ohne heiler ohne alles gegen diese max out base hier ja sie ist noch nicht ganz max out ich sehe noch so ein paar bohenschützen türme die noch ausgebaut werden können aber ist doch schon eine sehr sehr glaube ich sehr sehr starke base hier an der stelle gewesen und worden wurde jetzt gerade gezündet und die masse der truppen fressen sich hier nach wie vor durch die base hier durch also ist schon krass was hier an an truppen dann in der base sind und flächenschaden haben wir jetzt nicht mehr ganz so stark hinten noch zwei magier türme und den minenwerfer ich gehe mal ein bisschen näher rein so dann sehen wir auch ein bisschen mehr und aber es ist noch eine ganze menge an def da jetzt fällt der inferno und king ist noch richtig gut hier im futter kann man nicht anders sagen queen wird sicherlich jetzt gleich sie wird noch nicht sterben denn sie konnten noch gezündet werden aber wie es immer so ist hast du deine queen gezündet lauert eine riesenbombe war auch hier so aber ist nicht so schlimm und ihr seht das selber ich will jetzt nicht sagen dass das ist ein overkill hier aber es ist schon richtig toller angriff gewesen und ich habe auch in den letzten kriegen hier gesehen der mike hier im oberen bereich ist ziemlich stabiler angreifer also hat vor allen dingen die hell noch gar nicht ganz max also zwei level gehen beim beim king noch und trotzdem ist er hier an der stelle wirklich wirklich gut und jetzt ist natürlich nur noch der magier turm da und der ist jetzt zwar flächenschaden aber das machen jetzt schon da machen sie noch jetzt kommen wir an der skelette zur hilfe und dann war es das auch mit dem magier turm hier schönes ding der ck ist ja noch nicht vorbei aber wir haben noch etlich oder wir haben noch sehr sehr viele angriffe ihr seht das hier denn der gegner hat schon 23 angriffe für 40 sterne gebraucht und wir erst 11 für 32 sterne und last but not least hier den denn jetzt auf die nummer eins also drei auf eins an der stelle und mal gucken wie er sich hier schlägt er schickt jetzt erstmal heraus dann die queen davor ist auch eine coole sache man könnte meinen oh ja da was verkehrt gemacht aber kann man natürlich so machen und auf der anderen seite fandet er jetzt schon mal so ein bisschen mit dem ein oder anderen bola beziehungsweise macht das schon mal so ein paar gebäude wo die bola nur kleinen beschutz bekommen vom minenwerfer und geht aber unten mit der queen erstmal in die base hier rein ich denke mal er versucht die clan book noch zu bekommen muss jetzt aber schon ganz schön auf seine queen aufpassen hier an der stelle muss jetzt auch schon zünden denn jetzt kommt schon der king und die gegnerische cb also das ist natürlich auch nicht ganz ohne wenn du die hast und die queen lauert dort auch schon ja also hat er aber das ganze gut mit gift gemacht muss jetzt aber die queen doch zünden und schafft jetzt aber die gegnerische queen ja super gemacht ich sehe den angriff jetzt auch das erste mal und kommentieren eigentlich live kommt dann von der komplett anderen seite dem rathaus entgegen und dem der adler def entgegen und ja cool gemacht queen ausschließlich für die cb und für die helden genutzt und king und den rest dann letztendlich für das rathaus und ja für alles andere hätte ich mal fast gesagt aber der king macht das rathaus super gemacht hier 54 prozent zu diesem zeitpunkt schon und die queen geht ja immer noch ganz behendet hier rum ist auch eine echt komische base habe ich noch nicht gesehen so ein krummes design hier hat jetzt noch ein paar nicht clean up truppen aber noch ein paar truppen die hier vielleicht den ein oder anderen prozent noch reißen das gelingt ihm an der stelle auch aber die adler def nimmt sich jetzt hier den dem baby drachen und dann war es das auch der aber vorher schon geschichte also 62 prozent ist finde ich trotzdem tolle angriff hier und ich bleibe hier auf jeden fall am ball also technische probleme gelöst ich plane mein ersatz stream mit euch ich weiß noch nicht wann ich es machen kann aber bleibt einfach bei mir dran ich sage erstmal bis dahin euer toto clasht